Zweitens neue Kollegen und Wiederkehr alter Freunde. Ökumenischer Arbeitskreis, ein befremdlicher Privatdozent, Umgang mit der Besatzungsmacht und englische Freundschaften, Muße und Kult. Um jeden Preis wollten wir für den zweiten Nachkriegswinter die Mesere vermeiden, uns noch einmal alle miteinander in der engen Küche um den Herd drängen zu müssen. Ich brauchte einfach Ruhe für die Niederschrift meiner Vorlesungen, bei denen ich natürlich ganz auf das eigene Konzept angewiesen war. Aber den Kindern konnte man schließlich nicht den Mund verbieten, inzwischen waren sie vier, acht und zehn Jahre alt. Thomas war bereits Gymnasiast, auf meiner alten Schola Paulina, befassten also den wahrhaft utopischen Plan, in die Tür zwischen meinem Arbeitsraum mit den Büchern und dem Wohnzimmer einen Kachelofen zu bauen, damit er sie beide heize. Der Ofenbauer, ein kleiner, schüchtern wirkender Mann, ließ sich mit nachsichtiger Verwunderung unser Vorhaben auseinandersetzen. Immerhin fand er, die Lage des Kamins sei durchaus günstig. Aber haben sie einen Ofen und die Kacheln? Und dann wünschte er uns viel Glück und ging. Es lohnte sich für ihn nicht, mit so hoffnungslos weltfremden Leuten weiterzureden. Für ihn war der Fall erledigt. Wir aber gaben uns nicht geschlagen. Aus den Trümmerhaufen der Stadt schleppten wir in der sommerlichen Morgenfrühe auf unserem lahmenden Bollerwagen Ziegelsteine heran. Sie wurden im Garten einigermaßen sauber geschabt und gestapelt. Übrigens erwiesen sich die noch daran haftenden Mörtelspuren später als besonders ornamental. Den Ofen haben wir nämlich unglaublicherweise gleichfalls bekommen. In Wetzlar wirkte die frühere Bibliothekarin des Plänge-Instituts als Buchhändlerin. Sie war vor Jahren katholisch geworden, ein wenig unter meiner Assistenz. Und wir waren in einem zwar lockeren, aber stetigen Briefkontakt geblieben. Mit einem ungewöhnlichen Instinkt für alles, was mich auch nur von Weitem interessieren könnte, notierte sie für mich auf Kalenderzetteln ein paar Jahrzehnte hindurch abgelegene Zeitschriftenaufsätze und verschollene Bücher. Unter ihren jetzigen Kunden aber befand sich auch einer der Direktoren der Wetzlar Eisenwerke Buderus, in dem sie wohl ähnliche Dienste tat. Und da Bücher damals fast ebenso schwer zu bekommen waren wie ein Produkt der Eisenindustrie, geriet uns durch die Vermittlung dieses uns unbekannten Bücherfreundes das völlig Unwahrscheinliche. Gegen einen Packen von Guadini und Pieperbüchern, zusammengeholt von meinem Buchhändler und aus dem eigenen Bestand, und natürlich gegen die normale Bezahlung, kam eines Tages in einen Lattenverschlag verpackt der Ofen ins Haus. Unser Handwerksmeister vernahm es mit ungläubigem Staunen. Und nachdem erst noch das Ofenrohr beschafft war, woran das Ganze wiederum fast gescheitert wäre, machte es ihm selber Spaß, aus den seltsamen Kacheln ein kleines Kunstwerk zu bauen. Mitten in dieser Unternehmung, Hausflur und Zimmer waren mit Zementsäcken, gestapelten Ziegelsteinen, Mörtelkübeln und beiseitegerückten Möbeln zugestellt, kam Joachim Ritter hereingeschneit, der eben nach Münster berufene Nachfolger von Gerhard Krüger. Meine Entschuldigung wegen der Ungemütlichkeit des Empfangs wehrte er ab mit dem Worte Heraklitz. Auch hier sind Götter. Mir gefiel das nicht schlecht, und als ich ihm noch am gleichen Abend, wir waren fast Nachbarn, einen kurzen Gegenbesuch machte, es stellte sich rasch eine spontane, für beide Teile fruchtbare, freundschaftliche Verbindung her. Nach gut einem Jahrzehnt hat sie sich allerdings, aufgrund spezifisch akademischer Querelen, wieder gelöst. In den ersten gemeinsamen Semestern aber pflegte ich nach meiner Samstagsvorlesung für eine Viertelstunde, bei dem nur um ein Jahr älteren Fachgenossen einzukehren. Und in den Ferien haben wir uns einmal ein paar Wochen lang Tag für Tag in meinem Arbeitszimmer zu einer gemeinsamen Lesung der aristotelischen Metaphysik getroffen. Etwas zögernd hatte ich vorgeschlagen, außer einigen anderen Kommentaren auch den des Thomas von Aquin hinzuzunehmen. Natürlich war mir dieses späte Werk meines verehrten Meisters nicht unbekannt, aber ich hatte es noch nie unter dem Aspekt gelesen, ob und inwieweit seine Interpretation, die sich ja auf eine ziemlich mangelhafte lateinische Übersetzung stützte, wirklich den Sinn des antiken Textes traf oder nicht. So war ich hoch erfreut und auch ein wenig überrascht, als Ritter eines Morgens erklärte, wir sollten alle übrigen Erläuterungen einfach beiseite tun und nur noch den ihm bis dahin unbekannt gebliebenen Thomas befragen, weil sein Kommentar allein die Meinung des Aristoteles tiefer zugänglich mache. In dieser Zeit hörte ich auch zum ersten Mal den Namen C.S. Lewis und den Titel seines großartigen Buches »The Problem of Pain«. Ritter hatte es während seiner Kriegsgefangenschaft in England kennengelernt. Einige Jahre später habe ich es zusammen mit meiner Frau für den neu gegründeten Jakob-Hegner-Verlag ins Deutsche übersetzt. Zum gleichen Wintersemester 1946-47 begann außer Joachim Ritter und mir noch ein Dritter seine Lehrtätigkeit in Münster, der Theologe Hermann Volk. Und es ergab sich, dass wir drei zusammen mit dem Latinisten Franz Beckmann schon bald eine Art Club bildeten, der sich regelmäßig am Samstagnagmittag zu gemeinsamen Radfahrten und Wanderungen traf. In den ersten Nachkriegsjahren gab es noch nicht die Institution des Laientheologen, das heißt des später massenhaft betriebenen, keineswegs unproblematischen Studiums des Faches Theologie, worin man sich, wie in Deutsch oder Geschichte, beim Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen hätte prüfen lassen können. Wohl aber gab es etwas anderes, nämlich ungezählte Studenten aller Fachrichtungen, die sich, völlig unbekümmert um etwaige Verwertbarkeit in einem Examen, dringend für eine überempirische Begründung der eigenen Weltansicht interessierten. Und die strömten in Scharen zu den stets überfüllten Dogmatikvorlesungen von Hermann Volk. Es waren mehrere Dinge, die seine Hörer faszinierten, vor allem, dass sich in ihm auf exemplarische Weise Spiritualität und begriffliche Spekulation verknüpften. Volk lehrte nicht Theologie als eine Art Information, sondern er stand mit seiner Person für das, was er sagte. Es war den Studenten einfach unmöglich, das nicht zu bemerken. Außerdem nahm dieser Theologe mit seiner ganzen vehementen Vitalität Anteil am kulturellen Leben der Zeit. Er konnte zu einer fünfstündigen Aufführung von Eugène O'Neill's »Trauer muss Elektra tragen« eigens nach Frankfurt reisen. Oft genug mussten seine eigenen, durch den besonderen Glanz seines gesprochenen Wortes ausgezeichneten Vorträge über die Problematik des Films oder über Claudels seidenen Schuh, ein Spiel, das er besonders liebte, wegen des übergroßen Andranges mehrmals wiederholt werden. Als ihm im Bochumer Theater bei einer Podiumsdiskussion über die Dramen von Jean-Paul Sartre, die damals gerade ihr deutsches Publikum erreichten, jemand ironisch fragte, warum sich eigentlich ein katholischer Theologe so brennend für diesen Atheisten interessiere, bekam er unter dem Beifall des Auditoriums zur Antwort, »Wenn Sartre zeigt, wie es in einer Welt ohne Gott zugeht, dann brauche ich es nicht mehr zu tun.« All dies also war für Volk keineswegs ein privates Hobby nebenher, sondern es befand sich, wie jeder Hörer spürte, in einer sehr unmittelbaren Beziehung zu seinem Amt als theologischer Lehrer. An den Universitäten lautete damals das Schlagwort des Jahrzehnts, oder sagen wir lieber, des Jahrfünfts, Studium Generale. Vor allem die britische Besatzungsmacht drängte, im Zuge der Re-Education, unseligen Angedenkens, darauf neben den fachlichen Ausbildungsgängen allgemeinbildende Kurse mit philosophiegeschichtlicher und geistesgeschichtlicher, später auch soziologischer Thematik einzurichten. Wie zu erwarten, kam dabei nicht allzu viel heraus. Das wirklich in die fächerübergreifende und fundierende, aufs Ganze der Welt gerichtete, universales Studium geschah vielmehr völlig undeklariert, auf ganz andere Weise, zum Beispiel wie eine Höherzählung ergab so, dass in den beiden je dreistündigen Vorlesungen von Ritter und Volk, die zu genau der gleichen Zeit stattfanden, durch ein ganzes Semester sich mehr als ein Viertel der gesamten münsterischen Studentenschaft versammelte, über tausend Hörer. Heute würden das bei der Überfüllung der Universität weit mehr als 5000 Studenten sein. Eine fantastische, völlig irreale Vorstellung jetzt. Hermann Volk, damals wie Ritter und ich, eben über die 40 hinaus, hat leider nicht sehr lange an der Universität gewirkt. Im Jahre 1962 kehrte er als Bischof von Mainz in seine rheinmainische Heimat zurück. Als die Ernennung eintraf, war ich gerade im Begriff, wieder einmal zu einem amerikanischen Gastsemester aufzubrechen, von wo ich ihm, zur Bischofsweihe, dann einen roten Kultteppich der Navajo-Indianer geschickt habe. Bei meinem raschen Gratulations- und zugleich Abschiedsbesuch konnte ich es nicht unterlassen, den neuen Würdenträger, halb zum Scherz, freilich auch halb im Ernst, an die Warnung zu erinnern, die der Ordensgeneral der Dominikaner, dem Albertus Magnus, zukommen ließ, als dieser im Begriffe stand, die Lehrtätigkeit gegen die Leitung eines Bistums einzutauschen. Lieber wollte ich meinen geliebten Sohn auf der Totenware sehen, als auf dem Bischofsstuhl von Regensburg. Dies drastische Wort, zu solch festlichem Anlass zitiert, ist damals begreiflicherweise wohl nicht gerade mit Freuden aufgenommen worden. Die Schwester des Geehrten, die ihm den Haushalt führte, erwiderte spontan, so denken wir aber nicht. Dennoch ist mir selbst jener Satz inzwischen manches Mal in den Sinn gekommen, wenn ich den Freund fast zusammenbrechen sah, unter der Last zuerst des Konzils und dann der nachkonziliaren Wirrnisse und dem stets überbeanspruchten und übermüdeten kaum Zeit und Atem blieb zur theologischen Arbeit, deren er andererseits doch dringend bedurfte. Seine Vitalität allerdings scheint immer wieder einmal hervorgebrochen zu sein, besonders im schlagenden, aus dem Augenblick geborenen Wort. So wird erzählt, er habe einem jungen Kleriker auf die progressive Zweifelsfrage, wozu eigentlich die liturgische Gewandung gut sein solle, augenblicks erwidert, dazu, dass sie darunter verschwinden. Und was das fast anonyme, selbstlose Wirken des wissenschaftlich geschulten Theologen innerhalb der Leitungsgremien der Kirche betrifft, wer will sagen, ob es nicht, wenn gleich von keinem öffentlichen Ruhm beglänzt, immerhin durch die ungewöhnliche Erhebung zum Kardinal gewürdigt, vielleicht doch fruchtbringender gewesen sein mag und noch immer ist, als die akademische Lehrtätigkeit. All dies jedoch bekümmerte uns noch nicht in den glücklichen Jahren des ersten erfolgreichen Lehrens an der Universität. Niemand wusste ja, wie es einmal weitergehen sollte. Damals meldeten sich nach und nach auch die Freunde, die man während der letzten Kriegsjahre aus den Augen verloren hatte. Schon Ende 1945 überbrachte uns ein Soldat, aus einem süddeutschen Lazarett nach Hause reisend, einen mit Bleistift geschriebenen Brief von Heinrich Wild. In Italien, bei der Gefangennahme durch die Amerikaner verwundet, stand auch er kurz vor der Entlassung. Und es dauerte nicht lange, bis er aus München schrieb, Die Hegner-Produktion, für die er die Rechte besitze, werde in Verbindung mit dem Kösel Verlag sobald wie möglich wieder aufgenommen und weitergeführt. Eine bessere Nachricht konnte es für mich kaum geben. Ich konnte ja schon ein paar Titel künftiger Bücher nennen. Aus England kam unvermutet der Bruder meiner Frau hergereist, inzwischen britischer Staatsbürger, mit einer großen Anwaltspraxis. Ganz Deutschland, so fand er, rieche wie eine Bedürfnisanstalt. Auch Peter Surkamp meldete sich noch vor Ende des Jahres 1945. Seit unserer letzten Berliner Begegnung im Frühjahr 1943 waren ihm schreckliche Dinge widerfahren. Schon wenige Wochen später war seine Turmwohnung zerstört worden, seine Bibliothek in Flammen aufgegangen. Aus dem unversehrt gebliebenen Verlag hatte er dennoch eine weihnachtliche Büchersendung geschickt. Ein Zettel mit eigenen Versen, der ihr eigentlich hätte beigefügt sein sollen, kam erst zu Neujahr. Wir sind nicht die Alten, Nichts stört uns zu halten, Die Freundesstunde, Die Stadt ist geborsten, Wir schicken aus Horsten Den Jahresgruß in die Runde. Das dann anbrechende Jahr 1944 war noch längst nicht zur Hälfte herum, als vom Verlag die damals kaum rätselhafte Mitteilung kam, Peter Surkamp sei erkrankt, befinde sich in einem Sanatorium und sei vorerst brieflich nicht erreichbar. Dann von seiner Frau die ungeschminkte Nachricht, man habe ihren Mann verhaftet. Über die Gründe und die voraussichtliche Dauer der Sache weiß keiner von uns Bescheid. Merkwürdigerweise war er dann noch vor Kriegsende wieder freigelassen worden und schließlich auf fast wunderbare Weise dem Bombentod entgangen. Mit einer schweren Lungenentzündung nicht transportfähig, in einer Berliner Klinik liegend, hatte man ihn nicht in den Luftschutzraum mitnehmen wollen, der dann, durch eine Mine völlig zerstört, für alle dorthin Geflüchteten zum Grabe geworden war. Gut ein halbes Jahr danach schrieb er mir den ersten Nachkriegsbrief und bat, ohne all diese schrecklichen Dinge auch nur mit einem Wort zu erwähnen, um meine Mitarbeit an seinen bald in großen Auflagen unter die Leute gebrachten Taschenbuch für junge Menschen. Mit Gerhard Krüger, der längst in Tübingen wohnte, gab es gleichfalls ein unerwartetes Wiedersehen. Paul Simon, Robert Grosche und der Erzbischof von Paderborn, der spätere Kardinal Lorenz Jäger, hatten gemeinsam mit einigen protestantischen Freunden, vor allem mit Bischof Wilhelm Stählin, den schon lange gehegten Plan ins Werk gesetzt, einen ständigen Gesprächskreis zusammenzuführen, in dem kontrovers-theologische Fragen sachlich erörtert werden sollten. Inzwischen besteht diese Einrichtung, ohne deren Vorarbeit, wie jedenfalls der Kardinal Bär behauptet hat, das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils kaum zustande gekommen wäre, schon gut ein Vierteljahrhundert. Paul Simon ermunterte damals auch mich, mitzutun. Bei meiner zunächst halben herzensgegebenen Zusage konnte ich noch nicht ahnen, welche Bereicherung diese Tagungen für mich bedeuten würden. Fast das Beste an der Sache war ihre absolute Unöffentlichkeit. Weder über die Tatsache noch über die Thematik der Gespräche berichtete die Presse auch nur mit einem einzigen Wort. Das machte es den Teilnehmern leicht, ohne irgendwelche konfessionellen Prestigerücksichten zu sprechen. Und tatsächlich verliefen die Fronten des Streitgespräches manchmal quer durch beide Gruppen. Und natürlich wurde oft sehr scharf debattiert, manchmal zu scharf, dass wir uns fragen mussten, ob ein weiteres Treffen wohl überhaupt noch mal zustande kommen werde. Doch sind solche Krisen jedes Mal gemeistert worden, aber charakteristischerweise weniger durch theologischen Scharfsinn als durch Menschlichkeit und Humor. Etwa durch einen herzhaft rheinischen Zwischendruf von Robert Grosche oder durch von Kampenhausens großartige Nonchalance, der eines Abends, als die Diskussion gar nicht sich schlichten wollte, mit baltischer Direktheit verkündete, was ihn betreffe, so sei er leider außerstande, nach neun Uhr noch klar zu denken. Die führenden Köpfe der ersten Stunde waren, außer den schon genannten, Gottlieb Söhngen, Hermann Volk, der Benediktiner Viktor Warnach auf katholischer Seite, die evangelischen Theologen Hans Asmussen, Peter Brunner, Heinrich Schlier, Edmund Schling und der Dänis Gützgaard. Später kamen Josef Lorz, Karl Rahner, Josef Ratzinger, Rudolf Schnackenburg hinzu, sowie in der evangelischen Gruppe die beiden Brüder Lose und der junge Wolfhard Pannenberg. Zwar wurde schon in der ersten Sitzung als Paragraf 1 unserer ungeschriebenen Satzung deklariert, es bestehe auf keiner Seite die Absicht, die andere zu bekehren. Dennoch gab es einige Konversionen, nicht freilich vom Katholizismus zum Protestantismus, wohl aber umgekehrt. Die erste Konvertit war Heinrich Schlier, ihm folgte bald sein Freund Gerhard Krüger. Ihn also traf ich wieder, als ich Anfang September 1946 auf der kleinen Bahnstation Schärfe, der aus dem Zug stieg um mich, ebenso wie er, mit dem alten Militärrucksack bepackt, auf den Fußmarsch zum Tagungsort zu machen, zu dem ehemaligen Zisterzienser-Kloser Harderhausen in der Warburger Börde. Es war ein herrlicher Spätsommertag und wir brauchten für den Weg viele Stunden, die, weil wir uns immer wieder an den Straßenrand ins Gras legten und mit dem Blick auf die wandernden Wolken und zum ersten Male gegenseitig unsere Schicksale während der Militärzeit erzählten. Zum ersten Male auch traten wir unter viel Gelächter in eine herzliche und durch keine amtliche Bewandtnis mehr beschwerte Beziehung zueinander. Und auch die jetzt zum Programm gewordene kontroverstheologische Diskussion, die sich zwischen uns früher schon gelegentlich, zum Beispiel an meiner von Krüger heftig bestrittenen Behauptung entzündet hatte, Thomas von Aquin sei der letzte große Lehrer der noch ungeteilten abendländischen Christenheit. Augustinus, ja, aber Thomas, der ist doch schon penetrant katholisch. Auch solche Streitereien bekamen nun die Gelöstheit eines heiteren Gespräches unter Freunden. Schon nach ein paar Jahren allerdings wurde unsere Verbindung jäh unterbrochen, der eben 50-Jährige erlitt einen Schlaganfall, der zwar glücklicherweise seine geistigen Kräfte völlig unangetastet ließ, ihn aber sonst so schwer schädigte, dass von Diskussionen und auch von einer weiteren Lehrtätigkeit keine Rede mehr sein konnte. Die körperliche Lähmung milderte sich wohl allmählich, aber eine Sprachstörung machte es ihm endgültig unmöglich, grammatisch korrekte Sätze zu bilden. Das für ihn selber Schmerzlichste war wohl, trotz völlig intakt gebliebener Sehkraft nicht mehr lesen zu können. Er vermochte einfach den Sinn des Gelesenen nicht zu erfassen, während er die kompliziertesten Texte verstand, sobald jemand sie ihm vorlas. Als ich Gerhard Krüger Jahre danach zum ersten Mal in München besuchte, war ich bei seinem Anblick zuerst tief bestürzt, gewöhnte mich aber dann doch rasch an die in Wirklichkeit nur unwesentliche Behinderung des Gespräches. Erstaunlich war mir besonders die trotz allem tiefe Heiterkeit dieses sonst eher zu ernst wirkenden Mannes. Ohne Scheu erwähnte er auch die Tatsache seiner Konversion zur katholischen Kirche. Ich erinnerte ihn an unseren Disput über Thomas und fragte ihn, wie er jetzt seine bisherigen Schriften beurteile. Aber die seien doch im Grunde immer schon ganz katholisch gewesen. Mehr als ein Jahrzehnt nach dieser Begegnung habe ich meinem kleinen Buch über Begriff und Anspruch der Überlieferung sein elegisches Wort vorangestellt. Wir leben nur noch von unserer Inkonsequenz, davon, dass wir nicht alle Traditionen zum Schweigen gebracht haben. Er hat mir daraufhin sagen lassen, er sei froh, auf solche Weise noch einmal in die gegenwärtige Diskussion eingreifen zu können. Im Februar 1972 ist Gerhard Krüger 70 Jahre alt gestorben. Das Gedenkwort, das Edmund Schlink ihm kurz danach vor dem ökumenischen Arbeitskreis widmete, sprach wiederum von der Hilaritas Mentis, die er bis in die letzten Lebenstage ausgestrahlt habe. Ihre wahre Wurzel hat, wie ich überzeugt bin, der Freund Heinrich Schlier beim Namen genannt, die völlig auf das Sakrament gegründete Existenz. Für mich also taten sich zu Beginn meines ersten Universitätssemesters nach vielen Seiten hin Arbeits- und Wirkungsmöglichkeiten genug auf, übrigens auch im Bereich der Universität selbst. Doch habe ich mich konsequent geweigert, die Stellung des Privatdozenten allzu früh gegen die des ordentlichen Professors einzutauschen. Über diese Seltsamkeit hat mancher Kollege unverhohlen und nachdrücklich den Kopf geschüttelt. Aber ich hatte einfach zu viel an schlichter eigener Unterrichtung nachzuholen. Außerdem brauchte ich für die Niederschrift einer einzigen Vorlesung von 45 Minuten mehr als einen ganzen Tag, meist noch die halbe Nacht dazu. Erst sieben Jahre nach meiner Antrittsvorlesung habe ich es riskiert, an der Universität die erste Seminarübung anzukündigen. Ihr Thema war übrigens das Verhältnis von tätigem Leben und Kontemplation. Die Versuchungen begannen allerdings schon während meines ersten Semesters im Winter 1946-47. Eines eisigen Vormittags trat, telegrafisch angesagt und mit einem Pilzmantel bekleidet, ein Vertreter der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen in mein Arbeitszimmer. Er war mit dem Auto angereist, wofür, wie er sagte, der Bischof von Hildesheim das Benzin besorgt hatte. Der Gast wollte sich nicht ersetzen, als bis er seine Botschaft ausgerichtet habe, um deren Willen diese angesichts der wieder gut funktionierenden Postverbindung eigentlich unnötige Winterreise unternommen worden war. So hörte ich also natürlich gleichfalls stehend die Botschaft, dass seine Fakultät zur Besetzung der neu errichteten Weltanschauungsprofessur als einzigen Kandidaten unico loco mich auf die Liste gesetzt habe. Noch bevor ich etwas sagen konnte, kam meinem offenbar vermuteten Einwand die Erläuterung zuvor, es handle sich zwar faktisch um einen jeweils mit einem katholischen Christen zu besetzenden Lehrstuhl, aber formell werde er einfach hin als allzu klug kalkulierte Regelung sich schon bald als ziemlich töricht erweisen sollte. Nun musste ich also wohl oder übel meine Absicht kundtun, vorerst überhaupt keinen ordentlichen Universitätslehrstuhl zu übernehmen. Der alte Herr glaubte mich zuerst nicht richtig verstanden zu haben, aber dann konnte er seine maßlose Enttäuschung ja seinen Unwillen nur mit Mühe verbergen, worin ich ihn übrigens sehr wohl Begriff. Auch die münsterischen Kollegen fanden offenbar meine Haltung schwer verständlich, sie trauten wohl auch der Ernsthaftigkeit meiner Begründung nicht ganz. Und tatsächlich gab es für mich auch mehrere Motive. Zum Beispiel wollte ich möglichst die Arbeit in der Lehrerbildung beibehalten. Einen anderen Grund konnte ich natürlich nur einigen Freunden anvertrauen, aber nicht gut in einer offiziellen Berufungsverhandlung vorbringen, dass man nämlich einen Garten, in dem man selber Bäume gepflanzt hat, nicht leicht verlässt. Nun aber geschah in Münster selbst das Merkwürdige, dass der Nachfolger von Peter Wust seine Universitätsprofessur aufgab, um an einer kleinen bischöflichen Akademie zu lehren. Und man redete mir von vielen Seiten zu, an seine Stelle zu treten. Auch Beckmann und Ritter behaupteten, die Fakultät werde das unangeschränkt begrüßen. Als ich bei meinem Nein verblieb, gab es wiederum Überraschung und Ärger. Man hielt das allmählich für reine Verschrubenheit. Ein Emeritus suchte mir gar, in einem langen Briefe klarzumachen, mit der Habilitation hätte ich die ethische Verpflichtung übernommen, zu gegebener Zeit Ordinarius zu werden. Für mich aber war in diesem besonderen Fall noch ein anderer Grund von Bedeutung. Der Inhaber des sogenannten Konkordatslehrstuhles hatte nämlich, Kraftgewohnheitsrechtes, vor allem für die theologische Unterweisung der Theologiestudenten zu sorgen. Dafür aber war es nicht nur üblich und wohl auch notwendig, einen Kurs sich wiederholender systematischer Vorlesungen zu absolvieren, wozu ich mich schlechterdings außerstande fühlte. Das ganze Philosophiestudium dauerte überdies nur vier, früher sogar nur drei Semester und wurde dann durch ein Abschlussexamen Philosophikum genannt, beendet. Diese Sache aber kannte ich nun von innen und aus eigenster Erfahrung sehr genau. In dem Augenblick, da man günstigstenfalls gerade begann, eine philosophische Fragestellung zu begreifen, war für den Theologiestudenten schon Schluss mit der Philosophie und nach dem Examen würde er im Regelfall nie wieder ein philosophisches Buch anrühren. Der theologische Studiengang ließ ihm auch kaum Zeit dazu. Der Einzige, der meine unnachgiebige Weigerung nach und nach begriff und schließlich auch billigte, war der Latinist Franz Beckmann. Um knapp ein Jahrzehnt älter als ich, hat er sich viele Male als mein Mentor bewährt. Bei unseren Samstagsgesprächen war er von uns vieren der schweigsamste, aber er hörte sehr kritisch zu, wie sich oft genug später in einer überraschenden Bemerkung zeigte. Für mich selbst nannte ich ihn einen Römer, nicht nur wegen seines Schweigens, sondern auch, weil er diesen sehr besonderen Sinn für das wortlose Geschäft legitime Macht aus Übung besaß, auf das er sich übrigens auch selber durchaus verstand. Auch wenn ihm nicht bei einem frühen Luftangriff auf die Stadt, die eigene Bibliothek und vor allem sämtliche Aufzeichnungen und Vorlesungsskizzen vernichtet worden wären, hätte er wohl kaum größere Bücher veröffentlicht. Dabei wusste er, wie das Beispiel einer kleinen Schrift über Vergil beweist, ein unter Fachwissenschaftlern sonst nur selten anzutreffendes, makelloses Deutsch zu schreiben. Beckmann hat als Offizier beide Weltkriege mitgemacht, zuletzt in der Funktion des Regimentskommandeurs an der Ostfront. Doch auch über seine Kriegserlebnisse sprach er fast nie. Die einzige Bemerkung, die er sich mir gegenüber einmal entschlüpfen ließ, besagte nicht viel mehr, als dass er oft mitten im Tode gewesen sei. Für die ersten Nachkriegsjahre des Wiederaufbaus war er der ideale Fakultätsdekan. Ritter hat mir einmal gesagt, er sei vor allem wegen der überzeugenden Persönlichkeit Beckmanns nach Münster gegangen. Und als im Jahre 1949 die Philosophische Fakultät an der Reihe war, den Rektor der Universität zu stellen, wurde Beckmann gewählt und im Jahr darauf für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Den frühen, noch verhältnismäßig milden, studentischen Disziplinlosigkeiten stand er im Grunde ratlos gegenüber. Er hätte wohl am liebsten darauf als Offizier reagiert, aber natürlich war ihm klar, dass dies nicht möglich war. In den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit hat er sich mit einem gewissen Starrsinn aus dem akademischen Betrieb zurückgezogen. Viele haben das bedauert, mir ist es nicht ganz unverständlich gewesen. Als er nicht lange nach der Emeritierung starb, zeigte sich, dass er die Nichtveröffentlichung des Begräbnis Termines verfügt hatte. Das passte zu ihm. Auch später gab es nicht die sonst übliche Trauerfeier. Seiner Frau schrieb ich einen Vers aus der Diviner Comedia, der mir als die rechte Grabschrift für den Freund erschien. Es ist die Verheißung, die Beatrice dem Dichter zuspricht. Für kurze Zeit zu Gaste bist du hier und dann mir nah für immer eingebürgert in jenem Rom, wo Christus Römer ist. Weckmann also bestärkte mich, trotz seiner anfänglich anderen Meinung, in meinen Bedenken gegen die Übernahme der Münsterischen Konkordats Professur. Dem einige Zeit danach berufenen Otto Most erschien meine Ablehnung so unglaublich, dass er, in seiner fast zu weit getriebenen Anständigkeit, mich vor der eigenen Zusage besuchte, um sich zu vergewissern, dass es mir wirklich ernst damit gewesen sei. Im Laufe der nächsten Jahre folgte noch eine ganze Reihe ähnlicher Angebote, doch lehnte ich meist schon im Stadium der Voranfrage ab. Merkwürdigerweise brachte mich das in den Ruf einer besonderen Überheblichkeit. Dabei nahm ich auf solche Weise gar nicht so unbeträchtliche Nachteile in Kauf. Der Professor an einer pädagogischen Akademie war damals, nicht ganz zu Unrecht, finde ich, spürbar schlechter gestellt als der Universitätsordinarius. Er bekam nicht nur weniger Gehalt, es gab für ihn auch noch nicht die Institution der Emeritierung anstelle der Pensionierung. Als Michael Schmaus zu einem Vortrag wieder einmal in Münster mir auftragsgemäß nahe legte, ich möge der Münchner Philosophischen Fakultät Lebenslauf Schriften Verzeichnis und so weiter einreichen, antwortete ich ihm, als einem guten Bekannten vielleicht ein bisschen zu unverblümt oder zu beiläufig, das alles könnten wir uns doch sparen. Kurz darauf erzählte mir ein gemeinsamer Freund, Schmaus habe sich im kleinen Kreis etwas ungehalten über meinen Bescheid geäußert. Was denkt sich eigentlich dieser Privatdozent, dass er so auf ein Angebot der größten deutschen Universität reagiert? Eines Tages schickte mir Max Horkheimer, damals Dekan der Philosophischen Fakultät, die Einladung zu einer Gastvorlesung in Frankfurt. Natürlich ahnte ich halbwegs, was das bedeuten sollte. Doch nahm ich mit Dank an und schlug das Thema vor, über das negative Element in der Philosophie des Thomas von Aquin. Es zeigte sich dann, dass auch der hessische Hochschulreferent aus Wiesbaden hergereist war. Immerhin gab es ein äußerst anregendes Nachtgespräch mit Horkheimer und seinem Freunde Adorno. Die kurz danach eintreffende telegrafische Anfrage, ob ich bereit sei, in Frankfurt einen Lehrstuhl für Philosophie kommissarisch wahrzunehmen, konnte ich mit dem begreiflichen Argument beantworten, dies sei mir angesichts meiner Beamtetenstellung in Essen nicht möglich. Eine besonders delikate Sache war in jenen Jahren der Umgang mit der britischen Besatzungsmacht. Sie war nicht nur an jeder Universität durch einen Kontrolloffizier vertreten, sondern hatte auch einen für die ganze Besatzungszone zuständigen Educational Advisor und einen besonderen Beauftragten für kirchliche Fragen eingesetzt. Einerseits war es einem natürlich zuwider, den Machthabern um irgendwelche Vorteile willen nach dem Munde zu reden, wie einige, übrigens sehr wenige Kollegen es taten. Erst recht lehnte man es ab, über die absurde Vorstellung einer durch die Sieger zu unternehmenden Umerziehung der Deutschen auch nur zu diskutieren. Andererseits war der geistige Rang eines Humanisten wie Robert Burley nicht leicht zu ignorieren und die von ihm organisierten Gesprächsrunden über allgemeinkulturelle Fragen waren schlechthin einzigartige Gelegenheiten, den zwölf Jahre hindurch verfügt gewesenen Sperrkreis zu durchbrechen und mit Menschen verschiedener Nationalität und Geistesart überhaupt zu sprechen. Dennoch, man fühlte sich ein wenig wie ein Opportunist und Kollaborateur, wenn man sich in den vor dem Hause wartenden Mercedes setzte, um für ein Wochenende zu dem westfälischen Landsitz des britischen Erziehungsberaters gefahren zu werden. Und es gab unter den Universitätskollegen nicht wenige, die so etwas strikt ablehnten oder ablehnen würden, falls man sie einlühde. Auch Joachim Ritter betrachtete, wie ich sehr wohl merkte, meine gelegentliche Teilnahme mit schweigender Missbilligung. Erst als ich ihm den Text zeigte, den ich auf eine mir selbst zunächst etwas unbehagliche Aufforderung hin zu dem Gedenkbuch beigesteuert hatte, dass Robert Burley übergeben werden sollte, als er im Jahre 1949 nach dreijähriger Amtszeit Deutschland verließ, um Headmaster des Eden College zu werden. Erst dann gab auch Ritter zu, ja, so könnte man es machen. Das sei etwas anderes. Ich habe meinen Abschiedsgruß damals in direkter Anrede folgendermaßen formuliert. Sehr verehrter Herr Burley, ich der Meinung sind, dass wir aus gutem Grunde und sozusagen mit Recht den Krieg verloren haben und also die Folgen der Niederlage als eine keineswegs zufällige Last akzeptieren müssen, die aber dennoch diese Last, etwa die Besatzung unseres Landes durch die Sieger, nicht als etwas ganz und gar Erfreuliches empfinden können. Umso mehr erscheint es mir als ein mit Dankbarkeit zu empfangendes Geschenk, auf dem Boden dieser diffizilen Situation, Menschen zu begegnen, deren persönliche Kultur des Geistes und des Herzens es vermag, alle in bloß politischen Wurzeln Schiefheiten und Peinlichkeiten völlig vergessen zu machen, indem sie die Begegnung unversehens hinaus verlegen unter den freien Himmel der großen und ewigen Dinge. Ich glaube zu wissen, dass Sie, verehrter Herr Burley, diese großen Worte mit einigem Unbehagen lesen werden, aber erlauben Sie mir dennoch Ihnen zum Abschied zu sagen, dass ich sehr dankbar bin, Ihnen begegnet zu sein. Ein kurzes, geruhiges Abendgespräch in Hilter über Newman und T.S. Elliot sowie ihr letzter Vortrag in Münster über die musische Erziehung, in welchem auf so revolutionäre Weise, wie sie nur der echten Tradition eigentümlich ist, von Platon, Dante und Milton die Rede war, sind mir eine besonders schöne Erinnerung. Mit den besten Wünschen und in der Hoffnung, Ihnen irgendwo in der Welt noch einmal zu begegnen, ihr Ergebene, tatsächlich bin ich diesem ausgezeichneten Manne nie wieder begegnet. Gesehen habe ich ihn allerdings fast 20 Jahre später noch einmal in Toronto, wohin ich von der dortigen Universität aus Anlass der kanadischen 100-Jahr-Feier des Dominions-Status als Centennial-Professor eingeladen worden war. Als ich eines Morgens auf der Suche nach einem Friseur die Halle eines der großen Hotels durchstreifte, überraschte mich ein wohlbekanntes unverwechselbares Gesicht. Es wollte mir jedoch partout nicht einfallen, woher ich es kannte und wem es gehörte. Erst als ich wieder in meinem Quartier beim zufälligen Blättern im Veranstaltungskalender den Namen Robert Burley entdeckte, war mir alles klar. Als ich ihn andern Tags telefonisch zu erreichen versuchte, hieß es, er habe tatsächlich in jenem Hotel gewohnt, sei aber soeben abgereist. Im Frühsommer 1947 wurde ich durch Franz-Josef Schöning wiederum mit zwei Englandern bekannt gemacht, die mir beide durch Jahrzehnte verbunden bleiben sollten. Schöning war durch die Amerikaner zum Lizenzträger eines großen Münchner Zeitungsverlages gemacht worden. Das Hochland erschien wieder von ihm redigiert als Zweimonatsschrift und wie ehdem fuhr unser Freund im eigenen Wagen durchs Land und erzählte höchst dramatische Geschichten, vor allem aus seiner kuriosen Tätigkeit während der letzten Kriegsjahre. In unserem Hause hatte er sich mit einem britischen Freunde verabredet, der gelegentlich auch für das Hochland schrieb. Seinen wahren Namen, Graf Alexander Drew de Mangela, verbarg er hinter dem schlichten Mr. Alec Drew, ein besonders im französischen Geistesleben bewanderter Mann, der auf eine bezaubernd knabenhaft unschuldige Art zu lachen verstand. Vor allem hatte er das Talent, seinen Gesprächspartner zum Reden zu bringen. Ich jedenfalls erzählte ihm ausführlich ein wenig gegen meinen Brauch, von zwei erst geplanten Büchern, woraufhin er sich zu meiner Überraschung sogleich bereit erklärte, sie ins Englische zu übersetzen, was dann ein paar Jahre später auch wirklich geschah. Von den Büchern, die wie gesagt noch zu schreiben waren, stand das eine unter dem wohltätigen Zwang eines festen Termins. Für die Bonner Hochschulwochen des gleichen Sommers hatte ich aus meinem ersten Münsterischen Semesterkolleg vier Vorlesungen herauszudestillieren. Eine unerwartet mühsame Prozedur. Jene Hochschulwochen in Bonn allerdings waren eine gleichfalls unerwartet beglückende Sache. Das Beieinander von mehr oder weniger geglückter Improvisation, wohlgelauntem Verzicht auf äußeren Komfort, großzügigen, aber schwer gerecht zu verteilenden ausländischen Lebensmittelspenden und vor allem der Enthusiasmus und die stimulierende Aufmerksamkeit der meist jugendlichen Hörer, die sich an diesen strahlenden Sommertagen allmorgendlich in die Aula der später zum Sitz des Deutschen Bundestages gewordenen Pädagogischen Akademie drängten, all das erzeugte jene Dichte für die viel zu rasch vergangenen allerersten Nachkriegsjahre insgesamt charakteristische Atmosphäre geistiger Vitalität. Im Kreise Alter seit Jahren nicht mehr gesehener und auch neu gewonnener Freunde fanden wir uns mit unseren Frauen zu abenteuerlichen Gastmählern zusammen, bei denen des Erzählens, des Diskutierens und auch des Lachens kein Ende war. Der Verlegerfreund Dr. Wild gehörte gleichfalls dazu und er nahm das Manuskript der vier Vorlesungen, so wie sie gehalten wurden, sogleich mit nach München und gab sie Indruck. Sie sind tatsächlich im folgenden Frühjahr erschienen unter dem ihnen von Anfang an schon zugedacht gewesenen Titel Was heißt Philosophieren? Unmittelbar nach diesen Tagen in Bonn und fast noch befeuert von dem gleichen Impuls, setzte ich mich dann an das weit schwierigere, in mancherlei Entwürfen schon lange mit mir rumgetragene, zweite kleine Buch, Muße und Kult. Die Familie eines uns befreundeten Kinderarztes, der ab und zu nach unseren Sprösslingen sah, hatte mir dafür, in ihrem sauerländischen Ferienhause auf der Böhre, eine winzige Kammer überlassen. Zwar waren gleichzeitig die eigenen Kinder im Studentenalter und manchmal auch noch deren Freunde im überfüllten Hause, aber meine Klause lag etwas abseits im Obergeschoss eines hölzernen Schuppens. Es gab darin nur Bett, Stuhl und Tisch und der war vor ein Fenster gerückt, durch das man, ohne eine einzige menschliche Siedlung zu erblicken, in die weite Hügellandschaft hinaussah. Ab und zu der Schrei der über den Wäldern kreisenden Bussade, deren Spiel einen für Minuten faszinierten und ablenken mochte, sonst absolute Stille. Nur zu den Mahlzeiten, so war es abgemacht, ging ich hinüber zu den Freunden. Und weil ich schon frühmorgens mit der Arbeit begann, gehörte der Abend ohnehin ganz dem geselligen Gespräch und den vielfältigen musischen Unternehmungen, die sich die jungen Leute immer neu einfallen ließen. Ich selber steuerte dazu einmal einen Konrad-Weiß-Abend bei. In diesen unvergesslichen drei Wochen, begünstigt durch den leuchtenden Spätsommer und die frische Kühle der Morgenstunden, vor allem aber gewürzt durch die Ingredienzien menschlicher Nähe und Freundschaft, wuchs das Manuskript rasch zum runden Opusculum heran. Und als dann noch die schönste unter den vier anmutigen Töchtern des Hauses, Göttinger Studentin und eben verlobt, sich wohl geneigt und beherzt an ihre Schreibmaschine setzte, um die Handschrift nach meinem Diktat in lesbare Gestalt zu übertragen, konnte ich wirklich Anfang Oktober wiederum eine satzfertige Arbeit, den gastlichen Freunden gewidmet, an den Verlag schicken. Im Frühjahr 1948 war auch sie bereits auf dem Büchermarkt. Keine meiner Schriften ist, meine ich, unter einem glücklicheren Stern geschrieben worden. Vielleicht merkt man es ihr auch an. Der zweite Britte, den ich ein paar Monate zuvor kennengelernt hatte, Hubert Howard, ein Freund von Alec Drew, war für einige Jahre der Beauftragte der Militärregierung für kirchliche Fragen. Was er in diesem Amte eigentlich trieb und zu Wege brachte, ist mir nie deutlich geworden, jedenfalls aber konnte man sich diesen lauteren, aristokratischen Menschen gut als Howard und gehört der katholischen Adelsfamilie dieses Namens an, deren Haupt jeweils der Herzog von Norfolk ist. Eines Tages schickte er uns, nach einer längeren Zeit des Schweigens, die Nachricht von seiner Vermählung mit einer römischen Prinzessin ins Haus, zugleich mit der Einladung, wann immer wir einmal in Rom seien, ihn unbedingt dem Palazzo Caetani zu besuchen. Für uns hörte sich das zunächst als reine Fantastik an, aber zu Oster 1953, die Essener Studenten hatten eine Italienreise organisiert, wanderten Thomas, Monika und ich eines Abends in die Via Bottega Oscura und an der Parteizentrale der Kommunisten vorbei zum Palast des Geschlechts Bonifaz des Achten. Wir bekamen einige der 100 Sehenswürdigkeiten des Hauses gezeigt, Bilder der großen Maler, goldene Tapeten, kostbare Möbel. Wir durften einen Blick in das private Studio der gerade abwesenden Fürstin tun, einer geborenen Amerikanerin, die damals das extravagante literarisch-künstlerische Magazin Bottega Oscura herausgab. Hauerts Frau, eine nicht unbedeutende Malerin, sprach kein Deutsch. So musste nun die Unterhaltung auf Englisch weitergehen. Monika, von all der Pracht ohnehin so benommen, dass sie kaum ein Wort hervorbrachte, verstummte jetzt völlig. Die weißen Handschuhe des Dieners, der unversehens die Suppe vor sie hinstellte, waren einfach hin zu viel. Thomas hingegen, fast 17-jährig, schwatzte ungeniert darauf los und ließ sogar hin und wieder kecklich eine eben erst aufgefangene italienische Vokabel einfließen. Howard genoss das alles mit offenkundigem Vergnügen. Er mochte den Jungen besonders gern, mit dem ihn eine merkwürdige Affinität verbannt, und er verabschiedete uns mit der dringenden Aufforderung, uns nur ja beim nächsten Besuch wiederzumelden. Als wir das aus Anlass von Michals Abitur acht Jahre später wahrmachten, kamen wir allerdings trotz Einladung und Verabredung zu Unzeit. Der alte Fürst war tags zuvor gestorben. Mit ihm erlosch zugleich Name und Geschlechter Caetani, der einzige Sohn war im Zweiten Weltkrieg gefallen und die Hauerts hatten keine Kinder. Uns also wurde vor die Tür unseres billigen Albergo mit Proviant für den ganzen Tag ein blitzendes Auto geschickt, dessen diskret uniformierter Chauffeur uns zu dem südlich von Rom gelegenen Ninfa bringen sollte. In alten Reiseführern findet man diese von blumen überwucherten Ruinen einer vor Jahrhunderten wegen der Malaria verlassenen Stadt noch mit drei Sternchen als besondere Sehenswürdigkeit aufgeführt. Seit einiger Zeit aber hatten die Caetanis diesen ihren Besitz für den öffentlichen Verkehr gesperrt und Hauert hatte mit Hunderten von Rosen und bei englischen Züchtern bestellten großblütigen Clematis Sorten das Ganze in einen verwunschenen Garten verwandelt. Monika und Michael waren zunächst nicht allzu begeistert, einer offenbar so wenig aufregenden Sehenswürdigkeit einen ganzen Tag opfern zu sollen, aber dann kam ihnen doch das mit dem Chauffeur verabredete Hupenzeichen zur Heimfahrt viel zu früh. Doch ist dies schon ein Vorgriff über fast anderthalb Jahrzehnte hinweg. Im Jahre 1947 war an solche Reisen unmöglich zu denken. Man hatte Schwierigkeiten genug von der britischen in die amerikanische oder gar in die französische Besatzungszone Deutschlands zu reisen, ganz zu schweigen von der russischen. Die verschiedenen Siegermächte übrigens standen bei uns in unterschiedlichem und ob gerecht oder ungerecht ziemlich fest gegründetem Ruf. Die Amerikaner galten als durchweg großzügig, aber unberechenbar, die Engländer als bürokratisch, jedoch verlässlich, die Franzosen als politisch wie kulturell undogmatisch, dafür im kleinen schikanös. schikaner schikaner schikaner